Wie sich diese karmischen Themen bei dir individuell entfalten, werden wir uns natürlich in diesem Video anschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Prognose. Ich bin Oliver Erini aus dem wunderschönen Lenz und wir schauen uns heute die Sonnenfinsternis an, die uns am 2. Oktober bevorsteht. Also bei uns im mitteleuropäischen Raum ist sie nicht sichtbar, also brauchst jetzt nicht Sonne beobachten, aber wie gesagt, 2. Oktober um 20.49 Uhr von unserer Zeit her gibt es eben diese Sonnenfinsternis. Und Finsternisse sind ja immer so Startgeber, so Impulsgeber, was sich denn so in der nächsten Zeit tut. Finsternisse haben immer auch etwas mit dem tiefen Mystischen, mit dem Unterbewussten zu tun. Und noch dazu, wenn sie in den Oktober reinfallen, wo ja dann auch die skorpionische Zeit dann auch beginnt, also Zeit der Transformation und dieses Sonnenfinsternis insbesondere, hat ein paar ganz spannungsgeladene Aspekte. Zuerst einmal, wenn wir uns das anschauen, so oberflächlich, ist es nicht mal so wild jetzt. Wir haben Sonne, Mond in Konjunktion natürlich im Zeichen Waage, zusammen mit dem Merkur. Und Waage ist ja zuerst einmal Zeichen der Diplomatie, des Ausgleichs, der Ästhetik auch, auch der vielleicht auch der Begegnung, der neuen Gedanken auch, die dir begegnen können. Und mit dem Merkur zusammen ist das natürlich auch der Wunsch nach einer harmonischen Kommunikation, nach Austausch, nach Diplomatie. Aber, und jetzt kommt schon das große Aber, das waren, das waren, für dieses Video waren das jetzt die guten Nachrichten. Nein, also so schlimm ist es nicht. Aber diese Konstellation Sonne, Merkur und Mond, es sind schon begleitet. Du siehst, unten mischt auch schon die Lilith mit. Ich nehme die Lilith ja deutungsmäßig bei mir jetzt nicht so sehr immer hinzu. Aber da geht es halt einfach dann schon so ein bisschen um diese verdrängte Weiblichkeit, so ein bisschen so diese kraftvolle Seite der weiblichen Energie, wird das oft gedeutet. Wie gesagt, ich nehme die Lilith weniger bei mir in der Deutung dazu. Bedeutet aber schon immer auch einen tiefen, transformativen Effekt. Und transformativ heißt einfach auch, was hast du denn für verdrängte, also in Bezug auf Lilith, was hast du denn für verdrängte weibliche Anteile? Und das gilt jetzt nicht mehr für Frauen, das gilt auch für die Männer. Also ein verdrängter weiblicher Anteil ist ja einfach ein Teil, wo du passiv werden kannst, wo du etwas empfangen kannst, wo du offen sein kannst für etwas. Und das sagt eben so diese Kombination aus, vielleicht auch im Bezug mit dem Merkel zusammen, in dieser Konjunktion zusammen auch kommuniziere mal mit deinen abgespaltenen weiblichen Teilen. Also wo fällt es dir vielleicht hart, passiv zu werden? Wo fällt es dir vielleicht schwer, etwas empfangen zu können? Oder wo fällt es dir auch schwer, deine weibliche Macht ausleben zu können? Das ist auch die Macht eben des Passivwerdens, des Empfangens. Und das ist da durchaus ein Thema bei dieser Sonnenfinsternis. Der Merkur ist aber nicht alleine und der Merkur ist auch bestrahlt mit dem Mars. Und der Mars, der Kriegsgott, der Kriegsplanet steht ja, steht im Krebs und strahlt eben wirklich in einem Quadratabstand zum Merkur hin. Und das ist immer Druck. Und das kann immer zu Streitgesprächen führen. Mit dem Krebsaspekt, auch Streitgespräche, auch im Familienverband. Also da muss man ein bisschen aufpassen und eher wirklich sich bewusst sein, will ich diesen Streit jetzt angehen oder nicht. Also das kann schon zu so Streitereien, Konflikten führen. Und natürlich auch in Bezug auf Maschinen, Handling von Maschinen, ist das auch immer zu beachten, dass man ein bisschen vorsichtiger sein muss. Denn neben dem Mars hat der Merkur auch ein anderthalb Quadrat zu Uranus. Und dieses anderthalb Quadrat zu Uranus zählt sowohl auf, zählt genauso auf Sonne und auf Mond. Und das ist ja eine wahnsinnige Labilität und Umbrüche. Uranus im Stier macht eben Druck auf die Waage hin. So kann man sich das vorstellen, also auf Sonne, Mond, Merkur. Und das bedeutet einfach wirklich Umwälzungen, Umbrüche, Neuordnungen, Neuorientierungen. Und natürlich auch dieses, dass alles wieder hektischer abläuft. Also das gibt so eine gewisse, Uranus gibt immer so eine gewisse revolutionäre Note rein. Das heißt einfach, dass etwas neu sein möchte, dass sich etwas umstellen möchte, dass etwas in Bewegung sein möchte. Also Uranus will auf keinen Fall stehen bleiben. Das ist einfach so dieses, da muss was neu werden, da muss was visionär werden, da muss was in die Zukunft reingehen. Und da ist eben der Uranus gerne am Start. Und mit dem Merkur, wir kommen dann auch noch einmal auf einen anderen Aspekt im Horoskop, aber mit dem Merkur in der Waage ist das eben auch noch einmal Gespräch über die Partnerschaft. Wo steht denn deine Partnerschaft zum Beispiel fest? Wo steckt denn deine Partnerschaft, Beziehung fest? Und wo kannst du neuen Wind reinbringen? Das fordert auch der Uranus. Aber das fordert jetzt nicht nur der Uranus, jetzt wenn wir bei der partnerschaftlichen Ebene sind, sondern wir haben auch eben Venus, Mars, Trigon. Das ist ja eine positive Energie. Das ist eine positive anziehende Energie. Die stehen beide in dem Wasserzeichen. Also der Mars steht eben im Krebs und die Venus steht im Skorpion. Und das wäre einfach eine gute Energie für fixe Beziehungen. Auch jemanden vielleicht nicht unbedingt das kennenlernen, aber Beziehungen zu transformieren und auch vielleicht einen neuen Drehzug finden, vielleicht neue Zusammenarbeiten auch zu schaffen, neue Kooperationen zu schaffen, kann ich mir unter diesen Aspekten ganz gut vorstellen. Aber der Uranus will da eben wirklich neu, neu, neu. Der baut da diesen Druck auf, eben auch auf Sonne, auf das, wie du dich eben ausdrückst und natürlich den Mond, wie du dich fühlst. Und da kann es natürlich auch immer zu gewissen Ängsten, Nervositäten führen. Also so Nerven, Geschichten sind da immer ganz, ganz beliebt zu so einer Zeit und dass man eben wirklich auch so eine Unsicherheit hat. Was für die Täuschung und Enttäuschung der Liebe auch steht, ist der Neptun in einem 1,5 Quadrat zur Venus hin. Und der Neptun, der sich ja noch im Fischezeichen befindet, das ist so dieser große Träumer, dieses All-Eins-Sein, diese große Sehnsucht nach der großen, wahren Liebe, die alles bindet. Und die haben wir da auch noch einmal mit drinnen. Und das ist aber auch mit Neptun zusammen und mit Uranus im Stier. Also Venus ist ja so Herrscherin des Stierzeichens auch und kann man auch für den Körper deuten. Und mit dem Neptun kann das eben auch zu einer Schwäche führen, zu einer gewissen, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht in meiner Kraft, ich bin nicht in meiner Mitte und das kann da eben vom Neptun Venus auch sein, also die Schwächung eigentlich des Körpers. Und was ganz groß auch noch drinnen ist, wenn wir jetzt noch bei Sonne, Mond, Merkur bleiben und du merkst schon, da haben wir eine Wahnsinnsballon drauf, Sonne, Mond, Merkur. Da haben wir in der Opposition stehen den Notknoten, den nördlichen Mondknoten. Und der Mondknoten, natürlich wieder in der Opposition, bedeutet auch karmische Themen. Und zwar auf der kollektiven Ebene ist das natürlich auch eine Kriegsgeschichte, ist da Kriegsgefahr, also ist immer wieder gegeben, dass da Konflikte einfach aufflammen, sich verstärken. Das ist auch das, was wir jetzt schon sehen. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch so dieses mit zwischen Vage und Widder ist dieses Ich und Du, ist dieses Was will ich, was will der andere? Also auch ein Aufruf noch einmal, dass man sich nicht immer durchkämpfen muss, nicht immer ist der Sturste, der Stärkste gleichzeitig oder ist Stur sein immer das Beste. Manchmal muss man auch den Weg der Diplomatie, des Verbindenden gehen. Also suche das Verbindende, aber, und das ist jetzt das große Aber, verrate dich nicht dabei. Das heißt, werde dir selber nicht untreu dadurch, dass du um jeden Preis irgendetwas verbinden möchtest oder etwas zusammenfügen möchtest. Also das wäre da ganz, ganz wesentlich und ganz, ganz wichtig. Gut, also das wäre so der Mondknoten, wenn man sich das anschaut. Und dann haben wir noch eine Konstellation, die zu sehr viel Frustration führen kann bei dieser Sonnenfinsternis dabei und das ist Saturn-Pluto-Halbquadrat. Saturn und Pluto, die großen Spieler, die großen Bremser auch und großen Transformatoren, bilden ein Halbquadrat. Der Pluto kehrt ja das letzte Mal in den Steinbock zurück und ich habe schon gesagt, also Pluto im Zeichen Steinbock, also im Zeichen des Saturns, der transformiert ja nochmal dieses Bankenwesen auch. Also wir lesen jetzt auch wieder erste Pleiten von Kreditinstituten im Zusammenhang jetzt auch nochmal mit dieser Signa-Geschichte, René-Benko-Geschichten. Da werden wir noch mehr hören. Also das kommt auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall so nochmal dieses Werte, diese Zahlungsmittel, die da noch einmal transformiert werden. Das ist so dieses Thema für mich von Pluto in Steinbock gewesen. Das werden wir bis in November nochmal mitkriegen. Und wir haben aber auch dieses Feststecken. Wo stecken wir denn fest? Wir stecken fest, wenn wir nur unter Anführungszeichen fleißig, fleißig, fleißig sind. Und wir stecken fest, wenn wir Sicherheit und Stabilität in nichtgreifbaren, in unsichtbare Projekte reinstecken. Also das, was nicht geerdet ist, wird da ganz schwierig, dass da was weitergeht. Also das, was nicht konkret ist. Und auf der anderen Seite, das, was sehr konkret ist, wo ich aber wie bildlich immer in die Mine gehe. Ich gehe immer in die Mine und rackere mich ab und schaue, dass da was weitergeht. Auch das ist gefährlich, also gefährlich ist es nicht, aber es ist natürlich, führt zu schneller Frustration und führt eigentlich zu dem Aufruf, hey, lass es doch einfach los, was dir nicht gut tut unbedingt. Also das ist so eine Frustrations-, eine gewisse Härte-Konstellation, die wir da drinnen haben. Man muss halt einfach dazu sagen, dass dieses Feststecken, dieses Gefühl auch manchmal, mir geht was nicht schnell genug, da einfach mitschwingt mit dieser Sonnenfinsternis. Diese große Konstellation, Uranus, Sextil, Neptun, Uranus, Trigon, Pluto und Neptun, Sextil, Pluto, da bin ich ja im letzten Video schon drauf eingegangen. Auch das ist da jetzt schon vorhanden. Und das ist im Großen und Ganzen schon so etwas, dass das Neue, das ist einfach vom Gefühl, also das Transformation, was alt ist, was wegfällt, dass das Neue gut ist, das da kommt und dass sich das auch dann, ich denke, auch gut fügen wird. Auch wenn fügen natürlich so ein klassisches Jupiter-Thema ist, der jetzt eigentlich da nicht wirklich was zu tun hat. Ein bisschen so Kiron, Sextil hat der dabei. Aber an sich ist das ein gutes, gutes, also von meinem Bauchgefühl her, ein gutes Thema oder ein guter Untergrund zwischen all diesen transformativen Prozessen, zwischen all dem, was da wegbricht, allen Veränderungen, die uns begegnen werden, dass es da dennoch gut ausgeht und dass das dennoch eine Wendung zum Positiven nimmt. Und zwar eine Wendung zum Positiven, die keiner von uns sich vorstellen kann. Also das ist wirklich so eine Wunderkonstellation und Wunder heißt einfach, da kommt was Neues, an das hat noch keiner gedacht. Kein politisches Lager, kein Visionär, da kommt was Neues und das ist aber dann positiv zu bewerten. Und diese Konstellation zieht sich immer wieder durch, also die begleitet uns ganz, ganz lange, so dieses Pluto, Neptun, Uranus. Und da werden wir noch mehr darüber hören, definitiv. Auf jeden Fall ist dieses Sonnenfinsternis wirklich eine anspannungsentladende Energie, würde ich sagen. Also es baut sich auf der einen Seite Druck auf und es geht nur darum, diesen Druck auch wieder abzubauen. Und positiv abbauen geht es natürlich darum, dass man sagt, hey, wie entspanne ich mich am besten? Gehe ich spazieren? Mache ich Sport? Umgebe ich mich mit Dingen, die mir Freude machen? Ja, das ist ja offen, natürlich mit der Waagesonne, da möchte man schon auch inspiriert werden. Also ein Gang ins Museum wäre da wahrscheinlich nicht das Falscheste, was du tun kannst. Oder mal eine kulturelle Veranstaltung besuchen, ein Konzert. Dich vielleicht auch mit schönen, ich sage jetzt einfach mal mit klassischer Musik auch umgeben. Das wäre auch ein guter Tipp, der natürlich der Waagesonne gut gefällt. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt auch durch diese aufgebrachte, spannende Zeit eine gute, ruhige Zeit. Alles, alles Gute. Und wenn du Interesse daran hast, dein Horoskop einmal zu analysieren, also welche Themen hast denn du in deinem Horoskop stehen, dann kannst du bei mir natürlich so eine astrologische Analyse bestellen, ja, deiner Lebensthemen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine astrologische Analyse zu bestellen in Bezug auf das Jahr 2025, was das persönlich für dich bringt. Und beide Analysen kommen sehr gut an und bieten dir auf jeden Fall mal gute Einblicke, ein gutes Fundament, ein gutes astrologisches Fundament, auch wenn du dich noch nicht so mit der Materie auseinandergesetzt hast. Also kannst du auf meiner Homepage bestellen, Link ist unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Erini. Tschüss.